Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal der Lebensidealisten. Ich bin Florian. Ich bin Ina. Und das ist tatsächlich unser erstes YouTube-Video, was wir veröffentlichen. Also seid nachsichtig mit unseren Versprechern und Problemen. Wir haben uns versucht, gut vorzubereiten, haben ein kleines Skript geschrieben und wollen euch heute in dieser ersten Folge von den vier häufigsten Ursachen dafür, dass Beziehungszerbrechen berichten und vor allen Dingen euch zeigen, welche Signale und Ursachen gibt es dafür. Also wie könnt ihr vielleicht rechtzeitig genug erkennen, dass das in Richtung eines solchen Auslösers hinausläuft. Genau, wir starten auch gleich mit dem ersten Punkt, das ist die Affäre. Wenn eine Affäre geschieht, ist das für die Paare häufig eine ganz starke Verletzung. Für den einen Partner, der natürlich betrogen worden ist, ein starker Vertrauensverlust. Und was sind da die Ursachen dahinter? Unserer Erfahrung nach ist es häufig in den Punkten Wertschätzung und Anerkennung, also dass eine fehlende Wertschätzung in der Partnerschaft vorliegt, dass es wenig Anerkennung gibt, also dass man im Alltag sich einfach verloren hat, dass man das Gefühl hat, wir leben aneinander vorbei, wir kommunizieren nicht mehr richtig und wir sind nicht in einem engen emotionalen Austausch. Und dann bringt sozusagen ein Stein den Prozess ins Rollen und beide entfremden sich immer mehr. Und da eine findet die Wertschätzung und Anerkennung vielleicht bei der Arbeit oder im Freizeitleben von einer ganz anderen Person. Und so kann eine mögliche Affäre dann starten. Woran kann man das sehen? Woran kann man das vielleicht ein bisschen festmachen, dass der anderen so ein Prozess ist? Ja, da gibt es ein paar Klischee-Punkte, die aber auch häufig dennoch zutreffen. Einmal ist es natürlich, dass jemand sich bewusst anders kleidet, also dass das Äußerliche einfach mehr im Vordergrund kommt, dass man sich schicker anzieht, dass man vielleicht bei Frauen, dass sie sich wieder anfangen, mehr zu schminken, also mehr auf das Äußerliche achten. Ja, was würde es noch geben? Ja, eigentlich alle Anzeichen, die dafür sprechen, dass sich stark bei dem Partner was verändert und dass das in die Richtung geht, dass derjenige sich wie auf der Suche befindet nach jemandem neuen sozusagen. Also sich wieder auf den Markt schmeißt quasi. Also so wie wenn man so ein Xing-Profil hat und man trägt auf einmal ein neues Bild ein, ein paar neue Parameter ein, die man seit Jahren nicht verändert hat, das für Xing-Signal, oh, der will was verändern, der ist auf der Suche, und danach Ausschau zu halten, vor allen Dingen, wenn vorab eine Phase von Mangelgefühlen bei Liebe, Anerkennung, Wertschätzung einhergeht, dann ist das gleich ein Signal. Wenn natürlich eure Partnerin, euer Partner offen mit euch spricht und sagt, hey, ich habe mich irgendwie lange nicht verändert, ich habe irgendwie mal total Bock, mal irgendwie mich auch in anderen Klamotten zu sehen, bis jetzt war ich immer sportlich unterwegs, ich habe mal Lust, eleganz Sachen zu tragen, wird dir das auch gefallen? Und also da so ein offener Austausch ist, dann wird es wohl eher kein Signal sein, sondern einfach mal Lust und Spaß daran, sich zu verändern. Genau. Genau, das sind so die ersten Punkte. Was ist eure Erfahrung? Habt ihr das schon mal erlebt eine Affäre? Hoffentlich nicht, aber falls doch, dann was waren für euch Signale, wenn ihr euch zurückerinnert und reflektiert, worauf hättet ihr achten können? Schreibt uns das gerne mal in die Kommentare. Ja, ein zweiter möglicher Auslöser für ein Ende einer Beziehung ist häufiger Streit, meistens in einer Art Konflikt-Streitspirale, die sich immer weiter verstärkt. Das heißt, irgendwann waren es mal kleine Meinungsverschiedenheiten, die aber schon ein Gefühl gemacht haben. Dann wurde es immer mehr und dann war es ein erster Konflikt und man hat sich richtig verletzt gefühlt und dann wird das immer mehr und mehr bis hin dazu, dass die Streitigkeiten eskalieren. In den Coachings erleben wir regelmäßig Paare, die sich in Streitigkeiten dann auch beleidigen. Also wo und das sind jetzt wirklich Paare aller Schichten. Also das können letztendlich Akademiker sein, die sich im Streit dann beleidigen. Das hat also mit der Bildung dann tatsächlich gar nichts zu tun, sondern eher damit, wie intensiv sind die Gefühle, die so hochkommen. Und vielleicht auch, wie habe ich bisher Konfliktlösungen in meinem bisherigen Leben gesehen? Also auch vielleicht, was habe ich von den Eltern gesehen und erlebt? Genau, man merkt das auch ein bisschen immer an diesen Rundumschlägen. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht auch kennt. Das sind immer so bei einem Streit, wo dann so Sachen aufgewärmt werden, die vor ein paar Jahren passiert sind, die aber immer noch so festhängen in den Emotionen. Also dass man sich da, wenn man daran zurückdenkt, immer noch so Wut oder Traurigkeit spürt und die werden in den aktuellen Streit dann nach einer gewissen Zeit mit reingepackt und das ganze Streitgeflecht wird dann immer größer und verworrener und schwer zu lösen. Und häufiger Streit belastet ihr einfach auch den Alltag sehr und ist deshalb auch als einen wichtigen Punkt zu sehen, der Beziehung häufig zum Scheitern bringt. Ja, so wichtige Signalworte sind dann sowas wie immer oder nie zum Beispiel. Also wenn ihr merkt, dass euer Partner in Konfliktsituationen oder auch ihr selber etwas immer wieder so verallgemeinert und man denkt, das war jetzt in den letzten drei Wochen so, wieso sagst du immer? Ja, das ist ein Signal dafür, dass alte Verletzungen da sind, die nicht nachhaltig gelöst sind und alte Gefühle da in einem hochkommen, die halt Worte hervorbringen wie immer und nie. Also dann war da irgendwas früher, was nicht ganz gelöst ist, wo man vielleicht auch mal hinschauen müsste. Also achte darauf, werden eure Streitigkeiten intensiver, werden die immer mehr. Die Themen, über die ihr euch streitet, werden immer kleiner. Also das sind Kleinigkeiten, über die ein großer Streit hervorgeht, wo man danach, wenn man wieder rational darüber nachdenkt, sagt, so ein Quatsch, warum streiten wir uns dabei? Und Signalworte, immer nie Rundumschläge. Das sind so Sachen, wenn das die Richtung einschlägt, dann schaut, dass ihr an den Punkt geht, wo es mal gut war und das dann anfangt konsequent zu lösen, im Zweifelsfall auch mit Unterstützung. Ansonsten ist die Erfahrung, dass das immer mehr und ja auch intensiver wird. Keine gemeinsame Paarzeit kann ein Auslöser sein, warum eine Beziehung zerbricht. Viele Paare berichten uns immer wieder, dass es ihnen fehlt, gemeinsam Zeit miteinander zu verbringen. Die Arbeitsverhältnisse von jedem sind sehr anspruchsvoll. Dann einfach die ganzen Anforderungen an den Alltag, wenn man noch kleine Kinder vielleicht hat, die auch ihre Zeit brauchen. Jeder hat sein eigenes Hobby und jeder lebt dann so ein bisschen in seiner eigenen Welt. Und wenn man dann rückblickend auf den Kalender guckt, ist man doch erschrocken, wie wenig Zeit man miteinander verbracht hat. Oder aber auch, wie wenig qualitativ gute Zeit man miteinander verbracht hat. Genau, also dieses keine Zeit miteinander gemeinsam zu verbringen, ist meistens auch eher ein Gefühl, was entsteht. Nämlich viele Paare verbringen schon Zeit nebeneinander. Nämlich nebeneinander auf dem Sofa, vor dem Fernseher oder nebeneinander auf dem Sofa mit dem Smartphone in der Hand. Und dann ist das für viele halt keine qualitative Zeit, die man miteinander verbringt. Wo man schöne Gespräche führt, sich über Erwartungen und Gefühle austauscht. Oder einfach vielleicht mal eine politische Diskussion führt über das letzte Buch, was man gelesen hat. Wie auch immer. Ist natürlich was ganz anderes, kennen wir auch, dass vielleicht Paare Filme als gemeinsames Hobby haben. Wenn die einen Film schauen, den danach in aller Güte auseinandernehmen und sich darüber austauschen, kann das ja auch eine wirklich qualitative Zeit sein. Aber das machen wir dann meistens doch eher nicht, wenn wir die eine oder andere Serie schauen. Genau, also häufiges Signal. Prüft, ob ihr Zeit miteinander oder eher nebeneinander her verbringt. Und schaut, wie ihr die Zeit eher miteinander verbringen könnt. Genau. Und nehmt euch auch bewusst Auszeiten als Paar. Gerade wenn ihr vielleicht eine Familie habt, dass ihr natürlich dann das auch anders organisieren müsst und könnt vielleicht. In Unterstützung von den Großeltern. Dass einfach die Zeit als Paar auch vorhanden ist und ihr nicht nur in der Rolle als Eltern lebt. Ja, der vierte mögliche Auslöser dafür, dass eine Beziehung zerbricht oder in die Krise gerät, ist ja eine, wir haben es genannt, veränderte Lebensumstände und daraus resultierende Unsicherheiten, haben wir es genannt. Also es passiert was Neues, neuer Job. Man zieht um. Kinder kommen hinzu. Corona ist auf einmal da. Also auch von außen eintretende Dinge, die sich auf einmal verändern, die dazu führen sollten, dass wir darüber sprechen und gemeinsam schauen, wie gehen wir als Paar oder als Familie mit der Situation um. Genau. Weil jeder von uns hat natürlich eine ganz eigene Wahrnehmung von der Situation. Also wenn wir jetzt einen neuen Lebensabschnitt beginnen würden, habe ich eine ganz andere Wahrnehmung als du. Und das muss ich natürlich kommunizieren, weil mit dieser, in meiner Wahrnehmung bilden sich dann ja auch vielleicht neue Erwartungshaltungen an dem Partner, ne? Weil ich vielleicht mit einer Situation überfordert bin, weil ich etwas mir anders vorgestellt habe, bevor es eingetreten ist. Und da geht es darum, das Signal, wie zum Beispiel, dass einer sich zurückzieht oder auch, dass einer immer häufiger schlechte Laune hat, wahrzunehmen und darauf einzugehen und ins Gespräch zu gehen, ne? Ja, also regelmäßig zu reflektieren. Hat man in der Vergangenheit als Paar über Dinge gesprochen, wenn sich etwas verändert hat? Haben wir dann immer wieder geschaut, wie können wir das für uns als Paar, als Familie so verändern, dass es sich für alle, für uns stimmig und gut anfühlt? Oder haben wir es nicht gemacht? Und was resultiert daraus? Und ja, das ist so ein Signal einfach, ne? Ja, manche Sachen kann man ja auch von vornherein nicht wissen, ne? Also es können ja auch sich einfach mal Lebensumstände ergeben. Wo man nicht vorher sagen kann, okay, haben wir jetzt drüber ja vorher vielleicht gesprochen, aber sind jetzt doch anders eingetreten. Und da geht es auch darum, aussprechen, was ist, zu sagen, wie man sich Sachen vorgestellt hat oder wie es jetzt läuft. Und auch einfach die Verletzungen, die vielleicht aufgetreten sind, weil man eine Erwartungshaltung hatte, die der andere vielleicht gar nicht erfüllen konnte auch, nicht angesprochen hat. Ja. Das waren die vier häufigsten Auslöser dafür, dass eine Beziehung gerettet werden muss. Und ja, es gibt also ganz unterschiedliche Anzeichen und Signale für die verschiedensten Dinge. Aber im Kern zusammengefasst kann man sagen, Anerkennung, Wertschätzung, Respekt, unausgesprochene Erwartungen, plötzliche Veränderungen. Jemand zieht sich zurück oder jemand fühlt sich häufig schnell angegriffen. Also auf solche Dinge zu achten, das hilft enorm. Und vor allen Dingen immer darauf zu achten, in welche Richtung geht das Ganze. Also bleibt das Ganze gleich? Also ist das immer so auf einer Welle? Wird das Ganze mehr? Also gerate ich in eine Konfliktspirale und das Ganze wird schlimmer? Oder entspannt sich das Ganze sogar? Also sind wir auf einem guten Weg, dass wir uns so gut austauschen, dass sich das Ganze entspannt und wir eher in einer Harmoniespirale sozusagen sind? Also das immer wieder zu reflektieren, zu beobachten. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, damit Beziehungen nicht gerettet werden brauchen. Okay, dann sehen wir uns im nächsten Video. Genau. Bis bald. Ciao. Ciao.